Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur allerersten Aufnahme hier auf dem neuen Computer. Es ist keine richtige, richtige Aufnahme, sondern es ist nur mit der Funktion von der Grafikkarte, ihr wisst schon, dieses letzte 5 Minuten Aufnehmen von Bums, Nvidia, oder? Nvidia? Ihr wisst, was ich meine. Damit habe ich das Ganze aufgenommen. Ich habe einfach PlayerUnknown's Battlegrounds gespielt, ich habe davor mit Walden ein paar Runden gespielt und wir haben eigentlich immer ziemlich dick auf die Fresse bekommen und für ihn war es dann auch erstmal genug und ich habe gesagt, ich muss jetzt noch ein Spiel machen. Ich habe es irgendwie gespürt, dass da auf jeden Fall noch was geht, dass da möglicherweise sogar der erste Platz da sein könnte, wenn ich mich ein bisschen anstrengen. Deswegen spreche ich das jetzt auch im Nachhinein ein, denn im Spiel selbst habe ich nicht gesprochen. Ich habe mit Walden ab und zu eben geschwätzt, aber sonst habe ich da nichts gesagt und vor allem nimmt dieses Shadowplay, Shadowplay heißt es, genau, Nvidia Shadowplay nimmt meine Stimme oder hat meine Stimme sehr, sehr leise aufgenommen. Also man konnte mich, wenn ich Auto gefahren bin, gar nicht hören und ich konnte auch nicht pegeln, das ist ja ein Klumpen und hier ist jetzt direkt die erste Begegnung, da habe ich auch kurz den Ton angemacht. Sonst ist es, wie gesagt, nur ruhig, aber hier habe ich den Ton einfach mal aufgedreht. Man hat da jetzt nicht viel mitbekommen, okay, ihr habt nur die tötenden Schüsse gehört, aber ich habe so unglaublich viel Glück gehabt, ich bin um dieses Haus getingelt und dachte mir, oder ich habe schon einen gehört und bin auch vorne hingegangen und habe ihn dann aber nicht gesehen, gehe wieder nach hinten, laufe rein, auf einmal ist er da. Da war ich schon ein bisschen überrascht, dass er so schnell am Start war, der Knilch. Naja, ich habe dann hier jemanden verfolgt, ab jetzt habe ich den Ton auch immer dann angemacht, wenn Walden und ich nichts erzählt haben, also wir haben eh nicht viel erzählt, ja, das war einfach eine ziemlich stille Runde. Ich habe den Kerl mit dem Auto verfolgt, der ist in das Haus rein und ich dachte mir, ich piersche einfach mal ran, vielleicht kriege ich ihn ja irgendwie genatzt. Dazu bin ich dann einfach immer näher gegangen, ich habe natürlich immer wieder geschaut, hier sind auch Schnitte drin auf jeden Fall, das Video wäre eigentlich sonst 30 Minuten lang, aber ja, ich habe es jetzt erstmal zurechtgeschnitten und jetzt spreche ich einfach über diese ganze Schose drüber. Hier wollte ich einfach auf ihn warten, bis er kommt, da war er noch oben, er hat sich oben hingelegt und ich dachte, er hätte mich gesehen, aber er hat mich scheinbar auch nicht gesehen. Ja, dann habe ich seine Steps gehört, wie er näher kommt, ich weiß nicht, ja, okay, da war der Ton ein bisschen spät an. Da habe ich ihn einfach easy weggenatzt und jetzt passt auf, jetzt passt auf, was jetzt für eine krasse Scheiße kommt. Ich habe nie im Leben damit gerechnet. Guck mal, da hinten kommt, ich habe ihn gerade gelootet, auf einmal kommt irgend so ein Hans Wurst angefahren. Und schaut mal, was er macht, er läuft da rum und ich... Ich habe ihn einfach gekillt, was war das für eine Aktion von ihm, bitteschön. Er hat die Schüsse gehört, hat mich vielleicht auch aus der Entfernung gesehen, sieht, dass ich da stehe. Ich weiß nicht, was er sich dann dabei denkt, vielleicht wollte er mich überfahren. Das weiß ich nicht, aber ja. Hier hört man jetzt, oder hat man kurz gehört, wie ich gesprochen habe, also meine Aufnahmen, meine Sprachaufnahmen hierbei waren völlig daneben. Dieses, ich habe dieses Shadowplay noch nicht eingestellt, also wie der mein mitgepegelt werden soll und hin und her. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Form auch gescheit hinbekomme. Aber normalerweise nehme ich meine Videos ja auch nicht mit Shadowplay auf. Also ich nehme ja OBS eigentlich immer. Aber diese letzten 5 Minuten Funktion ist halt auch echt geil, ne. Ich kann jederzeit, auch bei Counter-Strike oder so, meine Aces endlich aufnehmen, wenn ich mal was krasses geregelt habe. Und im Nachhinein eben praktisch das aufnehmen. Das ist schon wirklich eine geile Sache. Hier wurde ich knallhart, einfach aus der Entfernung, die waren da oben auf dieser Schule, abgeschossen. Ich war mir ganz sicher, dass ich da langfahren kann. Der Kreis stand schon so da, dass da eigentlich keiner sein könnte und dann ist auf einmal doch jemand da. Und hier war ich fast tot. Das war wirklich eine richtig knappe Sache. Er hat mich fast niedergenudelt. Ich bin jetzt ziemlich mittig im blauen Bereich, äh im weißen Bereich. Und nehme dieses Haus praktisch jetzt für mich ein. Ich war mir 100% sicher, dass da jemand drin ist in dem Haus. Aber es war echt niemand in diesem, in diesem Klotz drin. Man hört hier, dass sie weiterhin auf mich schießen. Also ich gehe hier immer wieder an die Fenster, um mich umzugucken. Und sie haben einfach durchgehend auf mich geschossen. Weiter oben sind auch einfach Fenster zu Bruch gegangen, weil sie da reingeballert haben. Und ich war schockiert, dass da der, der Fokus so auf mir liegt, ne. Weil ich, gut, klar, ich bin mit einem Auto dahin gefahren und sie haben mich angeschossen. Die schießen mir hier, ich bin in einem Haus und die schießen echt durch die verschissenen Fenster. Weiß nicht, wo, ah hier ist ein kleiner Raum. Genau, da war ich's. Aber ich kann mich beschrecken. Ich glaube, ich könnte das ja vielleicht zuerst. Da habe ich dann die Vorahnung gehabt, dass ich es möglicherweise überleben, äh, gewinnen könnte, weil ich wirklich ziemlich mittig saß. In einem Haus. Da habe ich jetzt jemanden gehört, wie er unten reinkam. Das heißt, eigentlich easy frag. Ich habe ihn jetzt nicht so easy geholt, wie ich ihn hätte holen sollen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe da kurz gestruggelt, er konnte mich einmal anhitten. Aber, ja, ich war im Vorteil, ne. Ich habe gehört, die ohne die Tür aufgeht und dachte mir, ja, alles klar, da kommt jetzt jemand. Und jetzt ging es langsam daran, man sieht es jetzt auch auf der Karte, dass der weiße Kreis nicht mehr bei mir ist und das blaue gleich näher kommt. Und das heißt, ich muss also näher ran an die ganze Schoße. Und jetzt ist die Aufnahme, glaube ich, auch ungeschnitten. Ja, ich glaube, ab da habe ich sie ungeschnitten gelassen, beziehungsweise ein, zwei kleine Kasten noch reingemacht. Aber, ja, das Ganze ist ein bisschen dumm gelaufen, dass meine Voice nicht hörbar war, weil sonst würde ich nicht so drüber sprechen, wie ich es gerade mache. Aber, egal, ich denke, so ist auch ganz gut. Ich war mir hier sicher, dass in dem Haus da links neben mir noch jemand ist. Also, man sieht, das blaue geht direkt zu mir. Das hat, glaube ich, kurz vor mir auf, genau. Und ich war mir ganz sicher, dass da gleich einer rausspringt, der mich gehört oder gesehen hat und mich dann gleich umnatzt. Guck mal, wie ich überhaupt keinen Fokus habe. Was ist mit mir los? Ja. Aber es kam niemand. Es kam einfach niemand da raus. Ich meine, ich hätte noch mal kurz Schritte gehört. Habe ich nicht mal kurz voll aggressiv nach hinten geschaut? Doch. Ist es das? Ich weiß es nicht. Naja, hier dezimieren sich die Leute. Es sind nur noch sechs Alive. Ich habe es schon sehr oft in die Top 5 geschafft. Also, ich bin bei PlayerUnknown's Battlegrounds bin ich tatsächlich eher der Glückliche, der fast immer mindestens in die Top 10 kommt. Und ich habe es aber noch nie auf den ersten Platz geschafft. Also, ich wurde immer davor eklig weggeholt. Habe einfach Pech gehabt auch oder war einfach zu dumm, um zu gewinnen. Und hier sieht man meinen Ultra-Aim, wie ich ihn einfach gar nicht getroffen habe. Ich stand aber trotzdem ziemlich stabil hier. Also, er hat gemerkt, er muss jetzt gucken, wie er tut. Weil ich ihn ja auch voll im Vizier habe. Klar, ich stehe komplett offen. Aber dennoch hätte er auch sofort einen Headshot fressen können. Diese Aktion ist jetzt im Nachhinein betrachtet irgendwie voll blöd. Weil er hätte ja eigentlich... Ja, ich glaube, er hat mich gesehen, wie ich da rechts runterlaufe. Dann schmeiße ich ja noch eine Flash hin. Und an dem Baum war er. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher, ob er an dem Baum war. Und in diesem Moment habe ich nicht mehr gerafft, wo er ist... Also, ich war mir sicher, er kann nur an dem Baum sein. Er ist bestimmt nicht weggelaufen oder so. Weil er glauben könnte, ich hätte noch Fokus auf ihn. Aber nein, er ist nicht mehr am Baum. Und wie er sich dann später herausgestellt hat, ist er auch... Ist er auch nicht da rechts an diesem Häuschen, sondern er ist da oben links an die Mauer oder sowas. Also, ich war voll in seinem Schussfeld eigentlich. Er hätte mich easy abknallen können. Da habe ich einfach Glück gehabt, dass er nicht gesehen hat, wohin ich laufe. Da saß er, da hat er eben gesehen. Guck mal, ich sehe ihn nicht. Oh Gott, bin ich blind? Ich habe es voll beim Schneiden nicht gesehen. Da oben an der Mauer saß er und er hat mich nicht gesehen. Pass mal auf, was jetzt... Wie er jetzt ins Pech reinläuft. Ich meine gut, ich habe ihn jetzt nicht direkt geil geholt. Aber er saß da oben an der Mauer. Darf das wahr sein, dass ich ihn da nicht gesehen habe? Und vor allem, dass er mich nicht gesehen hat? Also, man muss einfach sagen, dass dieses Spiel schon zu einem gewissen Teil auf Glück aufbaut. Klar, Skill hin und her. Aber du musst Glück haben, dass dich jemand nicht sieht. Also, dass er Pech hat. Beziehungsweise, dass sein Nicht-Skill gerade dann zum Vorschein kommt, wenn du verschiebst oder sowas. Ich war wirklich sehr, sehr offen da unten. Gerade als ich eben auf die etwas höher gelegene Ebene dann kam und auch zu dem Haus hin gerannt bin, hätte er mich easy sehen können. Aber er hat das durch Gründe, die ich nicht kenne, nicht gemacht. Er hat mich nicht sehen können. Einfach nur ultra lucky von mir, dass ich da entlang rennen konnte. Und das ist doch wirklich ein recht großer Teil. Also, da ist auch Wallen, dass er da oft auch drüber so ein bisschen mault, dass dieses Glück und Unglück halt wirklich doch eine sehr große Rolle sogar spielt. Wenn du Pech hast, steht halt jemand richtig eklig acht Kilometer weit weg, wenn du gerade verschiebst oder verschieben musst und dann bist du halt tot. Natürlich kann man im Vornherein planen, dass man eben nicht in solche Situationen kommt. Aber ich würde sagen, man kommt dennoch in solche Situationen, egal wie gut man plant und skillt und hin und her. Gibt es so Situationen, wo du einfach auch ein bisschen Glück haben musst. Und Wallen und ich, wenn wir zusammenspielen, haben wir so oft Pech, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wir aimen acht Stunden irgendwas hinter uns ab, verziehen dann, verschieben dann weiter ins Weiße. Und ja, hier nochmal die wichtigste Stelle natürlich ist One-on-One. Er schießt mich an auf ultra low HP runter. Ich lege mich hin, suche ihn und kill ihn einfach. Also, ich weiß nicht, ob er nachladen musste oder so, aber ja, easy einfach den ersten Platz erspielt. Hier das erste Mal für mich. Das war schon wirklich eine tolle Sache. Und ja, wie gesagt, das erste Video, das ich jetzt hier drauf aufgenommen habe mit dieser 5-Minuten-Rückspul-Funktion. Die Stimme habe ich ja auch über Audacity auf dem neuen PC aufgenommen. Alles ist hier auf dem neuen PC entstanden. Ja, wobei das ja kein Vergleichswert ist. Also, normalerweise nehme ich ja mit OBS auf und da ist alles nochmal anders, da wird die Qualität auch anders sein. Und so weiter und so fort. Aber ich denke, hier kann ich schon was ganz Gutes abliefern. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.